Das Jonastal und seine Umgebung. Um kaum einen anderen Ort ranken sich mehr Mythen und Legenden. Unter dem gesamten Gebiet sollen sich unterirdische Anlagen befinden. Die Rede ist von unterirdischen Produktionsstätten, Forschungseinrichtungen für Hoch- und Höchstechnologie bis hin zu einem Führerhauptquartier. Menschen, die Teile der geheimen Anlage betreten haben, sollen wenig später verstorben sein. Warum ließ eine israelische Stiftung in Gossel Suchbohrungen in bis zu 30 Metern Tiefe durchführen? Sind Privatpersonen im Besitz von geheime Unterlagen über diese Systeme? Liegt hier gut verborgen das Bernsteinzimmer und wartet auf seine Entdeckung? Warum mauern Behörden und streiten die Existenz unterirdischer Tunnel ab? Was hat es mit dem Hügel Ebernotte auf sich? Befindet sich unter diesem Hügel eine streng geheime unterirdische Anlage? Gerüchten zufolge soll dort ein Endlager für radioaktiv strahlende Abfälle aus der unterirdischen Forschung aus Ortruf geschaffen worden sein. Befindet sich tief unter der Ebernotte das geheime Labor? Bevor das Video losgeht, hier der Sponsor des heutigen Videos und das ist Fishing Clash. Wie ihr alle wisst, sind meine Videoproduktionen aufwendig und teuer. Fishing Clash unterstützt mich dabei, für euch an die geheimnisvollsten Orte zu reisen und euch über ihre geheimnisvolle Geschichte zu informieren. Nur so kann ich gewährleisten, dass eine gleichbleibende Qualität und abwechslungsreicher Content produziert werden kann. So ihr wisst ja, dass ich gerne mal mit Lucy angeln gehe. Freunde, Lucy ihr erster Fisch. So Freunde, ist auch wieder Lucy ihre? Leider ist die Zeit zum Angeln nicht immer gegeben, weil wenn ich nicht gerade auf Dreharbeiten bin, dann sitze ich am Schnitt oder bin in den Recherchen. Doch wann immer es mir möglich ist, bei den Pausen, auf den Dreharbeiten, zwischen den Interviews oder am Schnittprogramm, versuche ich Entspannung zu finden. Und da kommt Fishing Clash ins Spiel. Egal wo ich bin, ich hole einfach mein Smartphone raus, starte die App und kann losangeln. Auch wenn ich hier an einem Bach sitze, wo ich jetzt nicht angeln kann, weil hier keine Fische sind und weil ich nichts bei habe. Man hat direkt das Gefühl, man ist mitten im Spiel. Und die realistische Grafik reißt euch einfach mit und ihr seid völlig in diesem Spiel. Auch wenn ich mal unter der Erde bin, kann ich da trotzdem an den schönsten Orten der Welt die Angel auswerfen und sofort losangeln. Egal wo ihr gerade seid, ihr holt euch die Entspannung des Angelns ganz einfach in euer Wohnzimmer, an euren Arbeitsplatz, auf die Baustelle oder in den Streifenwagen. Das alles ein bisschen zu entschleunigen. Fishing Clash raus und erstmal ein Fisch catchen. Wir werfen die Angel mal aus, schönste Natur, geile Grafik, geht direkt los. So, wir fangen. Und schon ist er am Start. Und was haben wir da schönes geangelt? Ein Snook. Wir holen uns auch die Belohnung ab. Wenn du gerne angeln gehst, dann ist Fishing Clash genau das Richtige für dich. Also das Gute hierbei ist, ihr seid an verschiedensten Orten und da gibt es natürlich auch die verschiedensten Fische. In dem Fall habe ich jetzt eine Goldmakrele gefangen. So, und ihr könnt natürlich auch ableveln zwischen verschiedenen Ködern, um dann seltenere Fische zu fangen, bessere Angeln. Und weil ich mit Lucy ja gerne den Angelwettkampf mache, habe ich hier auch die Möglichkeit, wirklich gegen andere Spieler anzutreten. Und ihr könnt da in der Rangliste höher kommen. Und die könnt ihr aufsteigen. Ihr müsst dann taktisch vorgehen und in der vorgegebenen Zeit möglichst viele Fische fangen. Ihr könnt im Shop unter den verschiedensten Ködern und Angelrouten selber entscheiden, was ihr braucht für den nächsten großen Fang. Natürlich habe ich für euch noch einen Code klar gemacht. Fishing Clash ist natürlich völlig kostenlos. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, scannt einfach den QR-Code oder folgt dem Link in der Videobeschreibung, geht in das Spiel rein, klickt auf Codes und gibt den Code KlappspatenTV ein. Und ihr bekommt dieses Paket völlig kostenlos im Wert von über 20 Dollar. Mit dem Gutscheincode KlappspatenTV bekommt ihr einen mystischen Köder, um diesen seltenen Fisch zu fangen. Die Florida Lizenz, den Lack Power Up. Damit habt ihr eine höhere Chance, seltene Fische zu fahren. Die Level 3 Angel und das Gewicht Power Up dient dazu, schwerere Fische zu angeln, damit ihr schneller aufleveln könnt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Fishing Clash für die Unterstützung. Jetzt geht es gut entspannt weiter auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit. Wir laufen jetzt hier gerade über das Hochplateau und meine lokalen Führer hier, die suchen gerade die Bohrstellen, wo man hat hier damals vor ein paar Jahren gebohrt. Wenn wir die gefunden haben, dann schauen wir mal, was hier damals wirklich vor sich ging, was hier passiert ist. Also es sind spannende, aber doch schon schockierende Aussagen von den lokalen Anwohnern, die das damals hier miterlebt haben. Also wir befinden uns jetzt genau auf diesem Plateau. Zu dem Plateau ist zu sagen, das ist so 5, 5, 10 Meter ungefähr höher als normal hier. Also es ist sowieso auf einem Hügel und auf dem Hügel ist nochmal ein Hügel. Es ist aber tatsächlich natürlich, es ist nicht aufgeschüttet. Dieser Hügel war immer schon da, wo wir uns hier bewegen. Und hier haben halt damals diese ominösen Bohrarbeiten stattgefunden, wo keiner weiß, was, wo, wie, warum, was wurde gefunden und in Nacht und Nebel weg und es wurde bewacht. Es war Wachschutz da. Da hört man auch die wildesten Aussagen drüber, aber sie sind alle deckungsgleich. Ich habe mich gestern Abend mit Anwohnern unterhalten, die auch hier zugegen waren, die hier gucken wollten, als gebohrt wurde. Und sie haben hier unabhängig voneinander alle dasselbe erzählt. Das heißt, irgendwo wird schon was dran sein, dass das nicht nur ein Kneipengespräch war. Das Gefühl hatte ich nicht, weil es alles deckungsgleich war und die Leute kamen halt nacheinander. Einer ging mal, einer kam rein, da hatte was gehört und und und. Also ich habe gestern versucht mit der Bevölkerung hier ins Gespräch zu kommen, was auch sehr gut geklappt hat. Und wir gucken jetzt noch ein bisschen und dann erzählt der Ralf mal, was hier damals tatsächlich, weil er hat es mitbekommen, er war auch hier zugegen. Und es ist höchst mysteriös und sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. So Ralf, jetzt sind wir tatsächlich auf diesem Hochplateau. Wir sind jetzt so ein bisschen in die Senke gegangen, weil hier sehr windig ist, dass wir nicht so viele Nebengeräusche haben und uns in Ruhe unterhalten können. Was ist denn hier damals passiert? Wann war das ungefähr und was hat sich hier zugetragen? Also es ist mit Sicherheit jetzt so fünf Jahre in etwa her und da wurde hier Bohrgerät aufgefahren. Es stand ein Bauwagen mit da, wo Sicherheitsleute drinnen waren und der ganze Berg hier oder der Hügel war abgesperrt mit Flatterband teilweise. Komplett einmal rum abgesperrt? Richtig. Es waren Sicherheitsleute hier, zwei Stück meistens an der Zahl und sie waren sehr ungemütlich, sagen wir es mal so. Also sobald man sich hier den ganzen Gebiet genährt hat, kamen die schon gleich auf dem Bauwagen raus, auf einen zu und haben ihn angepöbelt, in einer unhöflichen Form. Also mit der Aufforderung, das Gelände hier dann sofort zu verlassen? Richtig. Und es wurden auch keine Fragen beantwortet, wer hier bohrt oder was hier geschieht und sowas. Die Sicherheitsfirma kam woher? Weiß man das? Was das für eine war? Also die wurde mitgebracht, nicht hier aus der Region. Ja, die wurde mitgebracht. Man weiß allgemein zu wenig, es haben sich damals Leute vorgestellt beim Landrat bzw. beim Kreis. Ja. Und bis heute ist der Landkreis drauf sitzen geblieben. Die haben nämlich ihre ganzen Anträge und die Genehmigung nie bezahlt. Ja, das habe ich jetzt auch schon öfters auch gestern gehört, dass hier und also die Stadt oder die Kommune auf den Kosten sitzen blieb. Auch die Bohrfirma, die hier das Ganze durchgeführt hat, da sagten mir gestern zwei Anwohner, dass die auf über 30.000 Euro sitzen geblieben sind. Richtig? Ja, um die 30.000 Euro wird erwähnt. Also die wurden für ihre ganze Bohrarbeiten, wurden die im Prinzip nicht entlohnt. Richtig. Ja, und was waren das für Leute? Warum haben die hier eine Bohrgenehmigung gekriegt? Weil die kriegt man auch nicht einfach so. Hat das einen Hintergrund, warum? Die müssen ja irgendwas gesagt haben bei der Kommune. Weiß man da irgendwas drüber? Ja, die Leute haben sich als jüdischen Glaubens ausgegeben. Und hier für ihre eigene Geschichte was aufarbeiten wollen und deswegen bohren wollen. Und das hat den Tür und Tor geöffnet. Also das bedeutet, man hat dann gesagt, man vermutet hier Massengräber von den Konzentrationslagern oder von den Arbeiten oder irgendwas. Und da hat man dann gesagt, man will hier suchen nach Gebeinen, also Verstorbenen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was sie angegeben haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber sie haben sich angegeben, also dass sie von einer jüdischen Gemeinschaft sind oder irgendwas und dass sie hier quasi Forschung betreiben wollen oder? Genau, so haben sie angegeben. Aber genaue Gründe ist alles nicht bekannt. Okay. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Also da kommen Leute und sagen, wir sind von einer jüdischen Gemeinschaft, wir würden hier ganz gerne Bohrungen machen. Daraufhin gab es die Genehmigung, weil wir haben ja auch andere Bereiche, da darf man nicht einfach so bohren. Man kriegt auch keine Genehmigung mehr. Und daraufhin haben die die Genehmigung bekommen, alles unter falschem Namen. Das hat keiner nachgeprüft, falschen Adressen. Dann hat man hier gebohrt. Wie lange wurde hier gebohrt? Wie lange waren die Arbeiten? Um die 14 Tage waren die hier meines Erachtens. 14 Tage. Wie viele Bohrlöcher hat man gemacht? Weiß man das? Ungefähr? Um die 5 bis 7. 5 bis 7 Bohrlöcher. Also ich habe davon selber nichts mitbekommen. Es war auch nicht so wirklich in den Nachrichten oder in den lokalen Medien. Gar nichts. Also man hat gar nichts darüber gehört, Hügel hier genähert haben, dass sofort der Wachschutz da war und auch in einer sehr forschen Art und Weise die Leute des Platzes hier wieder verwiesen hat. Man kam nicht dran. Die Leute haben es immer wieder probiert, aber man kam nicht dran. Und dann die Bohrfirma, wie gesagt, das wird ja auch im Nachhinein stellen die eine Rechnung, wird es bezahlt. Und da hat man bis heute auch nicht die Rechnung beglichen. Ein Anwohner von mir, von hier, mit dem ich mich unterhalten habe, der versucht den Namen des Unternehmens rauszubekommen, dass ich da vielleicht mal anrufen kann oder ein Treffen organisieren kann, dass man mit denen redet. Vielleicht können die ja irgendwas sagen, ob was gefunden wurde, wie tief man gegangen ist. Weiß man, wie tief? Man weiß nichts. Man weiß gar nichts. Man weiß gar nichts. Also es waren Bohrarbeiten, um das nochmal zum Abschluss zu bringen. Es waren Bohrarbeiten, aber keiner weiß was, in welche Tiefe, wie viele Löcher. Hat man was gefunden? Warum macht man diese Bohrung? Auf was ist man gestoßen? Stahlbeton oder einfach nur normales Erdreich oder das ist ja hier Kalk, Sand oder was? Kalk. Kalk. Kalkstein. Kalkgestein. Man weiß nichts. Deswegen, also ich wäre wirklich mal interessiert, mit der Bohrfirma zu sprechen. Und vielleicht kriegt man diese Leute ja auch recherchiert, dass man die zur Rechenschaft zieht und sie sogar ihre Rechnung begleichen müssen. Was ich nicht glaube, wenn die sowas aufstellen, also das macht ihr nicht mal eben, das muss von langer Hand geplant werden. Also keiner macht unter einer falschen Identität, fängt die an zu bohren. Man weiß es nicht. Ausländische Geheimdienste vielleicht? Man weiß es eben wirklich nicht. Und da sind wir wieder an dem Punkt, man hat wieder mehr Fragen als Antworten bekommen. Ja, das muss man dazu abschließend sagen. Weitere Fragen tauchen auf. Doch was geschah jetzt wirklich auf dem Hochplateau von Gossel? Laut meinen Recherchen ließ dort eine Privatstiftung aus Israel im Jahre 2014 nach Überresten aus dem Zweiten Weltkrieg suchen. Zuerst hat man dort Messungen vornehmen lassen. Die Messungen sollen ein positives Ergebnis geliefert haben und man entschloss sich, dort Ortungsbohrungen vorzunehmen. Die Bohrungen auf der im Volksmund bezeichneten Hügelkette Höllenköpfe wurden vorgenommen. Man bohrte bis in eine Tiefe von 30 Metern. Was man genau gefunden hat, ist vorerst unklar geblieben. Die beiden Herren der israelischen Privatstiftung wurden vom Landratsamt aufgefordert, die Ergebnisse offen zu legen. Der Generaldirektor Ephraim Meyer, so stellte er sich selbst vor, gab an, dass die Untersuchungsergebnisse erst in mehreren Monaten vorliegen würden. Die Bohrlöcher wurden mit Absprache der Wasserbehörde verfüllt, auch die Plastikrohre für die Schallwellenuntersuchung seien gezogen worden. Laut der Privatstiftung vermutet man unter dieser Hügelkette die sterblichen Überreste von Arbeitskräften und Dokumente über diese Anlage und dessen Bestimmung. Auslöser der Aktion soll ein Luftbild aus Kriegszeiten gewesen sein. Doch die Stiftung war nicht unbekannt in dieser Region. Bereit zuvor ließ sie im Bereich Jonastal Suchbohrungen durchführen. Nach dem vorstellig gewordenen Generaldirektor der Privatstiftung beim Landratsamt brach dann plötzlich der Kontakt zu diesen Personen ab. Alle weiteren Versuche, die Stiftung zu kontaktieren, schlugen fehlen. Sie hinterließen nicht nur weitere Fragen. Nein, auch ein enormer Geldbetrag wurde nie gezahlt. Die immer noch offenen Gesamtkosten in Höhe von 60.000 Euro setzten sich folgendermaßen zusammen. 30.000 Euro Schaden sind der Bohrfirma entstanden, 20.000 Euro dem Sicherheitsunternehmen und 10.000 Euro für geophysikalische Messungen. Dem Landratsamt entstand dagegen nur ein Schaden von wenigen 100 Euro. Der größte Gläubiger ist die Bohrfirma. Diese wandte sich an die israelische Botschaft. Auch das Landratsamt, welches die beiden Männer nicht richtig überprüft hat, setzte sich mit der israelischen Botschaft in Verbindung. Laut einem Sprecher des Landratsamtes hat einer der beiden Männer deutsch gesprochen, der andere nicht. Einer der beiden Männer soll einen geheimdienstlichen Hintergrund gehabt haben und sie baten um Diskretion und Geheimhaltung bei diesem unterfangenen Seiten des Landratsamtes. Alleine diese Aussage reichte dem Landratsamt aus, um die Genehmigungen für Such- und Probebohrungen zu genehmigen. Die Identität der beiden Männer wurde nie überprüft. Auch die Stiftung wurde nicht überprüft. Das Landratsamt vermutet, dass es sich bei den Männern um Schatzsucher gehandelt haben könnten, die auf der Suche nach dem legendären Bernsteinzimmer gewesen sind. Eine Frage stellt sich besonders. Warum wurde kein sogenannter Background-Check der Behörden veranlasst? Warum wurde ohne diese Information Genehmigungen erteilt? Und daraus resultiert eine weitere Frage. Haben die Männer dem Landratsamt Beweise vorgelegt, um ihren Vermutungen gegenüber dem Amt glaubhaft zu machen? Wenn es wirklich diese Luftbilder gab, was war darauf zu erkennen? Und hat das Landratsamt die besagten Luftbilder von Experten auswerten lassen? Zudem bleibt die Frage, woher die Männer ihr Wissen über die Hohlräume unter dem Hochplateau hatten. Befinden sich geheime Dokumente in privater Hand oder war hier gar ein ausländischer Geheimdienst am Werk? Auch hier bleiben mehr Fragen als Antworten. Doch was befindet sich jetzt unter dem Hochplateau Gossel? Diese Frage bleibt wie so viele andere offen. Irgendwer hat ja Informationen zu Anlagen unter den Höllenköpfen, sonst hätte man diesen Aufwand wohl kaum betrieben. Ob man fündig geworden ist? Wohl eher nicht, sonst hätte es Beantragungen zum Öffnen der Anlage gegeben. Betrachtet man diesen Bereich nüchtern, so kommt man zum folgenden Ergebnis. Hätte es überirdische Bauarbeiten zu Zeiten des Krieges gegeben, dann hätten Anwohner und die alliierte Luftaufklärung das mitbekommen. Wenn sich dort etwas in der Tiefe befinden sollte, dann haben die Arbeiten wohl unterirdisch stattgefunden. Sprich, man hat Stollen von der Anlage unter dem Truppenübungsplatz in diese Richtung vorangetrieben, um dort eine weitere Anlage zu errichten. Die Partei Die Linke war auch an den Bohrungen und dessen Hintergründe interessiert und hat im Jahr 2014 eine kleine Anfrage beim Thürichischen Landtag gestellt. Explizit stellte man die Frage, ob Erkenntnisse über die Bohrungen der Landesregierung vorliegen. Wer diese Bohrungen in Auftrag gegeben hat? Wer die Bohrungen finanziert? Auf welche rechtliche Grundlage die Bohrungen basieren und welche rechtlichen Auflagen gestellt wurden? Und wann die Ergebnisse der Bohrungen bekannt gegeben werden? Die Antwort des Thüringischen Landtages fällt wenig aufschlussreich aus. In dem offiziellen Schreiben heißt es, der Auftraggeber ist eine israelische Privatstiftung. Ziel der Stiftung ist es, das Schicksal der Familienmitglieder zu klären und den Verbleib dessen Besitztümer. Der Stiftung liegen Hinweise auf unterirdische Objekte vor, wo man sterbliche Überreste von Vermissten oder weiteren Zeugnissen vermutet. Das Ziel sei, darüber Aufschluss zu erlangen. Des Weiteren heißt es, ob und in welchem Umfang die Stiftung ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellt, ist nicht bekannt. Auf welcher Rechtsgrundlage die Bohrungen durchgeführt werden, wird nicht genannt. So heißt es in der Antwort vom Thüringischen Landtag, der Antrag auf Informationsauszug ist unter bestimmten Voraussetzungen abzulehnen. Auch wird deutlich, dass sich Unterlagen über die unterirdischen Bauwerke in privater Hand befinden. Ob die Unterlagen aus Archiven, die bis heute der Geheimhaltung unterliegen, stammen oder ob die Unterlagen auf Aussagen von Arbeitern und Soldaten beruhen, ist nicht bekannt. Fakt ist, es gibt deutliche Anzeichen auf unterirdische Anlagen, die bis heute unentdeckt sind. Dieses Plateau jetzt gerade wieder hoch, wo hier die Bauarbeiten stattgefunden haben. Es kommen tatsächlich immer mehr Fragen auf, aber es kann mir auch niemanden Antworten liefern. Und was mich halt sehr stutzig macht, egal mit wie vielen Leuten man sich unterhält hier, Sie wissen alle irgendwas und es ist in großen Teilen sehr, sehr deckungsgleich, die Aussagen. Und die Zeugen sagen das halt oder die Informanten unabhängig voneinander aus. Also ich spreche hier an dem Ort mit einem, gehe weiter, treffe wieder einen, da fragt man einfach mal oder kennt irgendwen und dann sagt die Person ungefähr im anderen Wortlaut das Gleiche. Wie gesagt, hier einfach ein Plateau, das ist hier mitten, ja mitten im Nirgendwo auf einmal der diesen Hügel und hier finden Bauarbeiten statt und es deutet nichts darauf hin, dass hier Bauarbeiten stattgefunden haben, dass hier eine Bebauung stattgefunden hat, zu Zeiten des Krieges, also im Dritten Reich. Und ganz ehrlich, also guckt euch mal um, ihr könnt es nicht geheim halten. Also die Anwohner hätten was mitgekriegt, wenn man hier hätte damals Bauarbeiten, wenn hier Bauarbeiten hätten stattgefunden, weil das kriegt man mit, ja, das baut man nicht mit drei Arbeitern. Hier muss jetzt Gestein drunter, also das muss man bergmännisch machen, auffahren, reinbohren, reinsprengen, was wie auch immer die Bauarbeiten waren und das kriegt man mit, gerade Sprengungen oder irgendwas. Und dann muss natürlich hier das Baugerät hin und das Militär muss das absperren. Also weil hier in dem Bereich war sowieso, wir sind im Bereich Ordruf, da war ja damals schon Truppenübungsplatz und wie gesagt, das ist ja hier in Nähe zum Jonastal, das heißt, das war ja durch Wehrmacht und SS stark bewacht. Und sowas kann man nicht geheim halten. Und deswegen macht mich das so stutzig. Im Dritten Reich gab es kein Anzeichen dafür, laut den ganzen Anwohnern und Zeugen, dass hier was stattgefunden hat. Und dann kommt hier eine Mannschaft hin, eine Bohrmannschaft und bohrt einfach auf diesem Hügel. Also das ist höchst mysteriös. So, ich habe jetzt gerade noch mal mit dem Anwohner gesprochen und er hat jetzt noch mal die Info gegeben, weil er hatte jetzt auch noch Bohrlöcher gesucht. Es waren Israelis, die hierhin kamen und das bei der Stadt Goslar angemeldet haben, dass sie hier halt was vermuten und dass sie hier bohren wollen. Und daraufhin haben sie halt die Bohrgenehmigung hier erhalten. Also es waren keine Deutschen mit jüdischem Glauben, sondern sie kamen direkt aus Israel. So stand es wohl auch damals in den Zeitungen und in diversen Foren, habe ich gerade gehört. Und ich bin jetzt gerade im Hintergrund Informationsbeschaffung am Praktizieren. Also man guckt noch mal nach, ob man diese Zeitungen hat oder ob man Internetberichte noch findet oder sogar ein paar Fotos, weil ich habe eben gehört, dass es wohl ein paar Fotos existieren, die aus der Ferne aufgenommen wurden. Mal schauen, wenn ich was finde, spiele ich es dann gleich mit ein. So im Prinzip sehen wir jetzt da den Anhänger und da auf die linke diese Bohrmaschine. Dieser Baum war dann vor wie gesagt acht Jahren noch nicht da. Und wir können uns an dem Turm, das ist ein Kirschturm, in die Richtung da, da können wir uns daran orientieren. Dann haben wir was hinter uns liegen, da wollten wir auch noch hin. Was haben wir, was sehen wir da? Das ist die Flurbezeichnung Ebanotte, ist auch noch mal ein Hochplateau und da geht eine Trinkwasserlinie lang und dort werden auch Einlagerungen oder irgendwelche Bauarbeiten vermutet. Das ganze Gebiet ist videoüberwacht, als Vorwand ist... Immer noch videoüberwacht? Immer noch videoüberwacht. Der Vorwand ist der Wolf, der sich hier auf dem Trüpplungsplatz rumtreibt. Also Wildkameras? Wildkameras. Okay. Aber es ist trotzdem sehr suspekt. Es gibt wieder viele Sagen und Mythen darüber, dass dort was sein soll und so, wenn man da langläuft. Also aus dem dritten Reich, dass da was eingelagert wurde, also das war unterirdisch, was gebaut wurde, eingelagert hat oder vielleicht sogar produziert hat oder irgendwas. Also man weiß es nicht, das erzählt man sich. Also hier hat man schon die Bohrung gemacht. Drüben ist wie gesagt, ja, Videoüberwacht, Kameraüberwacht und das ist alles was Naturschutzgebiet oder was hast du gesagt? Ist Naturschutzgebiet. Ist Naturschutzgebiet. Also Bohrung unmöglich. Richtig. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Weil da habe ich auch ganz interessante Sachen gestern gehört, als ich mich mit Anwohnern unterhalten habe. Von denen wollte niemand vor die Kamera. Ich habe aber heute noch einen Begleiter, der gesagt hat, ich komme mit. Ich zeige euch ein bisschen was, weil es ist viel. Ralf kennt sich hier schon gut aus. Aber auch nicht überall. Alles kann man halt nicht mitkriegen. Und jeder hat irgendwo mal noch ein Puzzle, was er dazu fügt. Und ein Anwohner hat sich breit erklärt. Er möchte nicht mit vor die Kamera. Er führt uns rum und zeigt uns ein bisschen was. Und dazu gibt es auch noch ganz interessante Geschichten. Wir fahren jetzt mal zu dem anderen Ort. Wir haben noch ganz, ganz viele andere Orte, wo noch viel mehr Fragen aufkommen. Also es ist sehr, sehr mysteriös. Man hat, umso länger ich hier bin, umso mehr Fragen habe ich. Umso mehr brennt mir das. Also ich will das wissen, was hier passiert ist. Aber man kommt, man fügt die Puzzleteile nicht zusammen. Es kommen neue dazu. Und das fängt mit einem 30 Teile Puzzle an. Und es endet bei einem riesengroßen Puzzle Gemälde von 5.000, 8.000 Teile oder noch mehr. Also es ist Wahnsinn. So, jetzt sind wir an dem nächsten Ort. Den haben wir eben vom Goslar Hochplateau gesehen. Das ist die sogenannte Ebernotte. Was können wir denn dazu sagen hier? Also Ebernotte ist die Flurbezeichnung für dieses Gebiet hier. Es ist eine Anhöhe zwischen Gossel und Espenfeld. Und ja, zu den Erdzeiten waren die Russen hier oben, wie sie jede Anhöhe genutzt haben, um Funktechnik und Funkmasten aufzustellen. Ansonsten war mir das Gebiet relativ unbekannt, dass hier irgendwas sein soll. Ich bin erst durch eine Zeitung, durch einen Zeitungsbericht darauf aufmerksam geworden, dass auf der Ebernotte auch im Dritten Reich militär aktiv war. Also zu Kriegszeiten, Zweiter Weltkrieg. Ja, ganz genau. Vorher auch noch gar nichts irgendwo? Nö, vorher gar nichts. Einfach nur Forst. Also militärische Aktivitäten sollen hier stattgefunden haben. Man geht auch, ich weiß nicht, wie weit da der Kenntnisstand ist, von unterirdischen Bauwerken aus, also die sich tatsächlich unter unseren Füßen befinden könnten? Ja, davon geht man aus. So haben wir es gelesen. Obwohl in den letzten Jahren hat man nie darüber ein Wort verloren und mit einmal kommt auf einmal solche Thesen. Ja. Also auch egal, wen ich dazu befragt hatte. Also die Leute wussten es alle nicht und die haben alle gesagt, die Ebernotte war eigentlich, da ist nichts passiert im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich und irgendwer sollte es mitkriegen. Das ist genauso wie das Goslar Hochplateau. Da soll auch eine unterirdische Anlage drunter sein und das hätten damals Anwohner oder irgendwer mitkriegen müssen, weil es ja frei steht. Hier hätte man noch bessere Karten, weil hier ist Wald drauf. Das da drüben steht frei. Was befindet sich jetzt unter der Ebernotte? Mit Sicherheit kann das niemand sagen. Laut meinen Quellen wollen Anwohner zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges dort keine besonderen militärischen Aktivitäten und Baumaßnahmen bemerkt haben. Doch war der Bereich um die Ebernotte doch militärisches Sperrgebiet und der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es existieren nichtsdestotrotz einige Erzählungen, dass sich zu Kriegszeiten dort unter der Erde etwas zugetragen hat. Nach dem Krieg zu Zeiten der sowjetischen Besatzung war dort Militär stationiert. Zwar war es kein Sperrgebiet, aber es waren dort russische Vermeldetruppen stationiert. Es soll geophysikalische Messungen durchgeführt worden sein. Diese sollen eindeutig belegen, dass sich unter der Ebernotte Hohlräume befinden. Sie sollen sich aus Stollen und Kammern auf mehreren Ebenen zusammensetzen. Ein Anwohner berichtet mir, dass es Aufnahmen von einer geophysikalischen Messung geben soll und diese soll Hohlräume unter der Ebernotte zeigen. Des Weiteren will der Anwohner dort nach dem Krieg Zugänge im Wald gesehen haben. Doch die russischen Soldaten haben ihn mehrfach des Platzes verwiesen. Überprüfen lassen sich solche Erzählungen nur schwer, doch sie sind mir mehrfach und in der Kernaussage immer gleich zugetragen worden. Bohrungen und Grabungen sind dort nicht erlaubt, da es sich um Naturschutzgebiet handelt. Jetzt wäre da noch das Thema mit der Kameraüberwachung. Ich sprach mit einem Biologen, er konnte die Existenz der Kameras bestätigen. Lediglich handelt es sich um Wildkameras, um dort die Wolfpopulation im Auge zu halten. Mehr konnte er mir dazu nicht sagen. Von unterirdischen Anlagen habe er zwar mal gehört, aber nie Anzeichen, die darauf deuten, gefunden. Laut meinen Informanten sollte sich dieser Bereich als besonders interessant erweisen. Ich solle genauer auf die Reichspost schauen, wurde mir empfohlen. Ein Begriff, der nicht annähernd mit der Geheimforschung und Waffenentwicklung in Verbindung steht. Doch schaut man genauer hin, kommt man zu einem verblüffenden Ergebnis. Besser gesagt, die Reichspost Forschungsanstalt. Diese Abteilung hat Spitzenforschung auf dem Gebiet der Physik betrieben und war für die Waffenherstellung von größter Bedeutung. In diesem Bereich der unterirdischen Anlage, im Bereich Ordruf, soll die Reichspost besonders stark aktiv gewesen sein. Damit verhärtet sich der Verdacht von unterirdischen Forschungsanstalten. Sollte oder ist unter der Ebernotte ein unterirdisches Labor für die physikalische Forschung entstanden, welche der Reichspost unterstellt war? Es gibt zwei widersprüchliche Theorien dazu. Die eine besagt, dass dort die Reichspost geforscht hat. Die andere behauptet, dass es sich um ein Endlager für radioaktiv strahlende Abfälle handeln solle. Jetzt ist das Hochplateau von Gossel erneut im Spiel. Die Aussagen sind widersprüchlich. Die eine Seite besagt, das Endlager befindet sich in Gossel. Die andere Seite sagt, dass sich ein solches Endlager unter der Ebernotte befinden solle. Aber schauen wir erstmal auf die Wahrscheinlichkeit. Laut meinen Informanten soll sich bis heute in diesem Endlager radioaktives Material befinden, welches aus der Kernforschung aus dem Dritten Reich stammt. Doch ist diese Aussage realistisch? Möglich bis wahrscheinlich? Es ist vorstellbar, dass sich hier eine unterirdische Anlage für die Kernforschung oder gar für die Herstellung spaltbarer Materialien verbirgt. Für diese Theorie müssen wir noch einmal auf die Anlage Bergkristallen nach Österreich schauen. Die Österreicher waren in den 1950er Jahren auf der Suche nach Standorten für die zivile Kernenergie. Ein möglicher Standort war ein achteckiges Gebilde und eine darunter befindliche Anlage. Unter diesem Oktogon sollte ein unterirdischer Atomreaktor entstehen. Doch wie kommen die Ingenieure auf diesen Standort? Haben sie die Pläne der Anlage gehabt und hat ihre Erbauung schon zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges für einen solchen Reaktor gedient? Auch sollen die Anlagen mehretagig gewesen sein? Auch die Anlagen unter der Ebernotte sollen mehrere Etagen aufweisen. Auch hier sind gewisse Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen. Schreiben von 1955 mit dem Vorschlag, an der Stelle des Oktogons zwei unterirdische Atommeiler zu errichten. Wie mein Vater auf die detaillierten Vorschläge eines Atommeilers gekommen ist, weiß ich heute nicht. Woran knüpfen diese Pläne an? In den Skizzen sind die geplanten Atommeiler achteckig dargestellt. Reiner Zufall? Die Form und der Standort? Ein schon bestehendes Werk? In den Schnittskizzen dieses Atommeilers sind fünf Etagen eingezeichnet. Bei Grabungsarbeiten im Jahre 2013 in Österreich fand man ein Bauteil, welches in Teilchenbeschleunigern zur Anwendung kommt und der nuklearen Forschung dient. Hier entstand im Krieg ein achteckiges Gebilde. Heute liegt eine Betondecke über dem sogenannten Oktogon, das 2013 zum Teil freigelegt wurde. Dieser Gegenstand kam bei den Grabungen zum Vorschein. Experten bestätigen, dass es sich um das Bauteil eines Teilchenbeschleunigers handelt, der nuklearen Forschungen dient. Das Physikinstitut der Universität Arizona schreibt, In unserer Maschine gibt es Bauteile, die den historischen Vorbildern gleichen. Warum schreibt das Physikinstitut der Universität Arizona, dass die Bauteile aus ihrer Maschine dem historischen Vorbild gleichen? Hat man nach Arizona die Baupläne für einen Teilchenbeschleuniger geschickt und gezielt nachgefragt, ob diese Bauteile vorhanden sind? Hat deswegen die Universität vom historischen Vorbild gesprochen? Auch das lässt keinen Zweifel auf, dass das Dritte Reich über die Technik verfügte und Teilchenbeschleuniger im Betrieb hatte. Am Oktogon gab es ebenfalls geoelektrische Messungen. Damit konnten wir dann auch sehr gut noch weitere Objekte identifizieren, die unterhalb des Betons liegen. Alleine diese Tatsachen lassen vermuten, dass sich hier eine ähnliche Anlage befinden könnte. Auch die Theorie des Teilchenbeschleunigers wird dadurch erneut bestätigt. Ein Zweck der Anlage für die physikalische Forschung ist sehr wahrscheinlich. Auch würde das zu der Forschung der Reichspost eindeutig passen. Doch was hat es mit dem Endlager für radioaktive Abfälle auf sich? Auch diese Möglichkeit ist sehr wahrscheinlich. Werfen wir einen erneuten Blick nach Österreich. Man war dort auf der Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle. Ein Gutachten aus dem Jahre 1960 betrachtet die tiefer liegenden Stollen und eröffnet die Möglichkeit, dort ein Endlager zu errichten. Ein Gutachten der österreichischen Studiengesellschaft für Atomenergie von 1968. Es geht um die Frage, ob tiefer liegende Stollen als atomares Endlager geeignet seien. Auch auf Areale, die noch während des Krieges gesprengt wurden, wird hingewiesen. Auch hier sind die Tatsachen mit den Aussagen über die Ebernotte fast deckungsgleich. Zieht man die Möglichkeit des Endlagers in Betracht, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wenn dort radioaktives Material lagert, dann sollte messbare Strahlung anliegen. Ich konfrontiere den Informanten mit dieser Frage. Seine Antwort war verblüffend und ich konnte zunächst seine Aussage nicht deuten, da mir der technische Hintergrund fehlt. Seine Aussage, die Abfälle wurden mittels eines speziellen Verfahrens verglast und somit wird nach außen keine Strahlung abgegeben. Diese Aussage hörte sich für mich nur wenig glaubhaft an, da ich bis dato von einem solchen Verfahren noch nie gehört habe. In einer kurzen Unterbrechung des Gesprächs recherchierte ich seine Aussage. Und tatsächlich, mein Gesprächspartner sagte die Wahrheit. Es gibt tatsächlich ein Verfahren, Strahlen in Sondermüll äußerlich zu verglasen. Dann kommt der Müll in die mechanische Zerkleinerung. Das eigentliche Recycling können wir nicht filmen. Es findet in Röhren und Mühlen statt. Unzugänglich für uns und hoch radioaktiv. Am Ende des aufwändigen Prozesses entstehen drei Produkte, die die Kunden zurückkaufen müssen. Vier Prozent ist Müll, immer noch hoch radioaktiv, in solch schwarzes Glas eingeschmolzen. Es kommt in die Endlagerung. Ich war sehr erstaunt, dass mein Gegenüber im Besitz dieser fundierten Information war. Lediglich bei den Zugängen haben sich meine Informanten widersprochen. Angeblich war nach dem Krieg noch über eine Treppe Zugänge erreichbar, die allerdings durch Eisentüren und Tore versperrt waren. Des Weiteren sollen Zugänge verschüttet sein und nur noch Teile der Treppe sichtbar gewesen sein. Andere Aussagen wiederum besagen, dass die Anlage von der SS gut getarnt wurde, damit sie dem Gegner nicht in die Hände fällt. Ich frage mein Gegenüber nach seinen Quellen und erteilte mir mit, dass es alles nur Überlieferungen wären. Meine Nachfrage, worauf sich die Erzähler berufen hätten, bekam ich eine erstaunliche Antwort. Zu Zeiten der sowjetischen Besatzung waren hochrangige Soldaten der NVA von den Sowjets in die Stollen und Anlagen geführt worden. Laut ihrer Aussage gab es Bereiche, die sich unter der Ebernotte befinden und ein Teil einer größeren Anlage waren. Die Teile, die sich unter der Ebernotte befinden, durften nicht alle betreten werden. Und wiederum in bestimmten Bereichen durfte man sich wegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung nur kurz aufhalten. Aufgrund von diesen Aussagen sind dann geophysikalische Messungen der Ebernotte durchgeführt worden. Laut diesen Messungen sollen sich tatsächlich Hohlräume unter dem Hügel befinden. Ich bat nach einer Quelle und man zeigte mir ein Bild. Dieses Schaubild kann ich nicht deuten und auch der Aufnahmeort ist für mich nicht recherchierbar. Allerdings wurde mir versichert, dass es sich um einen Bereich der Ebernotte handelt. Vertraut man auf die Echtheit der Aufnahme, dann sieht man eindeutig anthropogene Strukturen, die auf eine mehretagige Anlage mit Hallen und Stollen deuten. Fassen wir zusammen. Weder unter der Ebernotte noch unter dem Höllenköpfen sollen sich laut offizieller Stellen unterirdische Anlagen befinden. Auch unter dem Truppenübungsplatz sollen sich keine Anlagen befinden. In St. Georgen an der Gusen gibt es laut offizieller Aussage keine weiteren Etagen. Die Existenz der unterirdischen Anlagen unter Ordruf ist durch das Video der Polizei bestätigt worden. Auch in Österreich ist die Existenz eindeutig bewiesen worden. Wie wahrscheinlich ist jetzt eine unterirdische Anlage unter den beiden Hügeln? Diese Frage darf sich jetzt jeder selbst beantworten. Werfen wir nochmal einen genaueren Blick auf die Erbauung solcher Anlagen. Hat man die Stollen oberirdisch aufgefahren, dann hätten Anwohner und Luftaufklärer das bemerkt. Die Luftbilder hätten solche Aktivitäten festgehalten. Doch sind keine großen Arbeiten auf den Bildern zu sehen. Dass die Arbeiten oberirdisch durchgeführt wurden, ist recht unwahrscheinlich. Vielleicht bleibt nur eine Möglichkeit. Man hat diese Anlagen bereits von dem bestehenden Tunnelsystem unter dem Truppenübungsplatz Ordruf aufgefahren. Das würde auch zu den Aussagen der Zeitzeugen passen. Viele von ihnen sprachen über kleinere Anlagen, die aber zu einer weitaus größeren Anlage gehören. Aber warum verlegt man dann solche kleineren Anlagen genau unter die Jügelketten? Man könnte diese unter der Erde überall anlegen. Dachten hier die Ingenieure schon weiter? Hat man Anlagen zur Forschung oder Endlagerung gezielt weit weg von der Hauptanlage erbaut? Oder nutzte man die natürliche Erhöhung im Gelände aus, um die Anlage absolut vor Bomben zu schützen? Die Alliierten hatten Bomben in ihrem Arsenal, die auch stärksten Stahlbeton durchdringen konnte. Die DP-12000LB, Deep Penetration 12.000 Pfund, besser bekannt unter dem Namen Toyboy. Der erste Einsatz der Toyboy war die Nacht vom 8. auf den 9. Juni 1944. Eine Eisenbahnstrecke wurde bombardiert. Ein Tunnel wurde dabei zerstört. Einer der Toyboys bohrte sich durch die Hügelkette und explodierte 20 Meter darunter im Tunnel. Der da daraufhin einstürzte. Es ist eine gewaltige Explosion, hier in der Swine zwischen den Inseln Usedom und Wolin. Die Kraft, die auf das Wasser wirkt, es ist die Kraft einer 2. Weltkriegsbombe, die hier von der polnischen Marine kontrolliert gesprengt wird. Die Bombe wiegt 5.400 Kilogramm. Davon sind allein 2.400 Kilogramm explosives Material. Die nun entschärfte Bombe galt vermutlich dem deutschen Panzerschiff Lützow, das im 2. Weltkrieg im April 1945 nicht weit vom Fundort der Bombe lag. Am 16. April 1945 wurde das Schiff dort von der britischen Royal Air Force beschossen. Gefunden wurde die sogenannte Tallboy-Bombe bei Vertiefungsarbeiten der Fahrene im September 2019. Die Vorbereitungen für die Sprengung haben mehr als ein Jahr gedauert, denn sie galt von Beginn an als sehr herausfordernd. Die einjährige Vorbereitungsphase der polnischen Marine zahlt sich aus. Der Blindgänger ist nun unschädlich gemacht worden und er kann zu keiner Gefahr mehr werden. Dann war da noch die Grand Slam-Bombe, zu deutsch großer Schlag, die DP-22000 LB-MK1. Diese Bombe war in der Lage, die mächtigen U-Boot-Bunker zu knacken und zumindest so zu beschädigen, dass sie unnutzbar werden. Aus großer Höhe abgeworfen, erreichte die Grand Slam knapp Überschallgeschwindigkeit und konnte vor der Explosion bis zu 40 Meter tief ins Erdreich vordringen. Ultimate in conventional high-explosive Bombs was reached with the 22,000-pound Grand Slam. This was a weapon designed to penetrate concrete and explode 30 feet beneath the surface, causing a local earthquake. The first appearance of 10-tonne Tessie was at Bielefeldt Viaduct. This carried a vital rail route into the Ruhr. After a few smaller Bombs, the Monster went down. A feature of the Big Bomb is the crater it makes before it goes off. Watch the left-hand corner of the white puff of smoke. The bomb makes its crater, and then... And here is the result. Although not a direct hit, many yards of the viaduct have been destroyed. Haben die Ingenieure diese Möglichkeit bereits berücksichtigt? Wussten sie von der Verwundbarkeit unterirdischer Anlagen durch feindliche Superbomben? Ist das der Grund, warum die beiden Anlagen sich unter einer Hügelkette und natürlichen Erhöhungen befinden? Sollten sich die Anlagen auch hier unter den Hügeln wesentlich tiefer befinden als heute angenommen? Hat die israelische Stiftung nicht tief genug gebohrt? Wenn diese Anlage wirklich für die Hoch- und Höchstechnologie und dessen Erforschung und Entwicklung bestimmt war, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Ingenieure auch diese Möglichkeit bedacht haben. Zudem, wenn es sich wirklich um Kernforschung und ein Endlager für radioaktive Abfälle handeln sollte, dann will man solche vulnerablen Anlagen besonders schützen. Werden sie zerstört, dann geht auch eine mögliche radioaktive Versorgung oder eine Vergiftung der Umwelt und der gesamten Anlage einher. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Anlagen tiefer unter der Erde befinden als angenommen. Betrachten wir einmal die Aussagen von Menschen, die nach dem Betreten solcher Anlagen erkrankt und gestorben sein sollen. Eine Gruppe von Personen hat sich durch einen Zugang zu einer unterirdischen Anlage Zutritt verschafft. Durch diese Anlage sind sie in tiefere Ebenen gelangt. Wo diese Anlage war, ist unbekannt. Gerüchte zufolge soll es die Anlage unter der Ebernotte gewesen sein. Laut meinen Informanten soll es sich um drei Personen gehandelt haben. Alle Personen hatten nach der Befahrung starke Probleme mit den Atemwegen. Sie mussten sich in medizinische Behandlung begeben. Nach kurzer Zeit sollen zwei der drei Personen an den Folgen der Erkrankung verstorben sein. Doch resultiert diese Krankheit auf radioaktive Versorgung? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, da akute Strahlenvergiftung andere Symptome verursacht. Doch warum wurden die Personen krank und sind kurz darauf gestorben? Dazu schauen wir auf einen Vorfall aus dem Jahre 1973, der sich in Polen zugetragen hat. Wissenschaftler öffneten die Gruft von König Kasimir IV. Kurz darauf werden fünf Wissenschaftler krank und sterben kurz darauf. Alle Verstorbenen hatten Beschwerden mit den Atemwegen und der Lunge. Nachdem die ersten fünf Menschen innerhalb von zwei Jahren starben, wurde der Fall wirklich sehr interessant und spannend. Sollten die Personen wirklich in eine unentdeckte Anlage unter der Ebernote vorgedrungen sein, die seit Jahrzehnten nicht geöffnet wurde, dann ist es wahrscheinlich, dass sie durch die abgestandene Luft und den Pilzbefallen erkrankt sind. Ob der Auslöser der Erkrankung ein Pilz namens Asperigillus flavus oder ein Pilz aus dessen Familie war, ist sehr wahrscheinlich. Die Theorie, dass die Personen durch radioaktive Stoffe aus dem Dritten Reich erkrankt sind, ist nahezu ausgeschlossen, da der Verlauf einer akuten Strahlenkrankheit anders ist. Die typischen Symptome einer Strahlenkrankheit sind Erbrechen, Übelkeit und Durchfall, gefolgt von einer Schwächephase. Wenig später treten dann Symptome wie der Zerfall des Knochenmarks und fürchterliche Verbrennungen auf. Eine Erkrankung, hervorgerufen durch Radioaktivität, kann fast vollständig ausgeschlossen werden. Wenn unterirdische Anlagen viele Jahre oder gar Jahrzehnte verschlossen waren, kann das Wetter dort sehr toxisch sein. Was sich jetzt genau unter der Ebernote befindet, mag niemand genau sagen. Die Menschen, die dort unten waren und dieses Rätsel lösen könnten, schweigen bis heute. Ob es mit der Anlage im Zusammenhang steht oder daran liegt, dass sie ganz woanders waren, darf jeder selber für sich entscheiden. Abschließend bleibt nur zu sagen, wäre auch hier nichts und alle Aussagen über diese Orte sind reine Mythen und Erzählungen, dann wären die Unterlagen über die Anlagen nicht weiterhin unter Verschluss. Erst eine umfassende Messung und anschließende Suchbohrungen können das Geheimnis in die unterirdischen Labore und Endlage für radioaktive Abfälle vollumfänglich klären. So, das ist jetzt hier ein aktives Kieswerk. Und beim Graben, also so sieht das Ganze aus, beim Graben soll man hier, es ging eine ganze Zeit lang in der Szene rum und Anwohner haben sich erzählt, dass die hier beim Graben, bei den Kiesarbeiten, auf Fundamentstücke gestoßen sind. Gesehen hat es keiner, es gibt keine Fotos darüber oder Videos, die mir jetzt bekannt sind oder meine Kontaktpersonen. Es wird sich nur erzählt, dass man halt in dieser Kiesgrube diese Fundamente gefunden hat. Wissen tut es keiner so genau, aber es geht rum, also du hast es auch schon oft gehört. Ja, so ist es immer mal Gespräch in der Stadt. Und wenn wir weitergehen, dann haben wir was Interessantes, erklärst du jetzt mal eben. Was hat das mit dem Kieswerk hinter uns auf sich? Also geografisch gesehen liegt das Kieswerk exakt in der Flucht zu den Jonastal-Stollen. Also auf der Seite quasi da? Hier längst drüber. Da längst drüber. Da sind die Jonastal-Stollen, wo wir ja auch drin waren. Also hier Stollen 1 bis 12 und so weiter und so fort. Auf einer Linie soll das liegen tatsächlich. So und jetzt geht man davon aus, dass die Stollen da viel weiter gingen, als das was bekannt ist. Oder eine andere Stollenanlage, weil diese ja eventuell nur zur Tarnung gedient haben könnte. Dass die Stollen hier rauskamen, tatsächlich an dem Kieswerk. Und dass man da jetzt aus Versehen drauf gestoßen ist. Aber wissen tut es wie gesagt keiner. Es gibt keine Fotos, Videos oder irgendwelche anderen Informationen darüber. Wie immer. Wie immer. Nur Fragen, weitere Fragen, keine Antworten. Das große Eckige ist das, wo wir hier stehen. So, also hier sind die Stollen. Und dann gehen wir über den Berg rüber und landen tatsächlich hier an dem Kieswerk. So und das liegt genau tatsächlich in der Flucht, wie meine lokalen Kontaktpersonen mir das gerade mitgeteilt haben. Also eventuell könnte da ein Verbindungsstollen gegeben haben, wo man irgendwann die Fundamente davon gefunden hat. So an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Fischchenclash für die Unterstützung meiner Videoproduktion. Wollt ihr mich und meinen Kanal auch unterstützen? Dann ladet euch das Spiel runter. Einfach den QR-Code scannen oder den ersten Link in der Videobeschreibung. Und mit dem Code KlappspatenTV nochmal ordentlich absahnen und ein Setup im Wert von 20 Dollar bekommen. Ladet euch das Spiel runter und findet Entspannung im Alltag, Freunde. Und es geht spannend weiter. Schaltet auch demnächst wieder ein. In der unmittelbaren Nähe des Jonastals befindet sich ein Ort, an dem mysteriöse Dinge vor sich gingen. Erst zu Zeiten der sowjetischen Besatzung. Arbeitskräfte wollen da Unvorstellbares gesehen haben. Dann erneut zu Zeiten der Bundeswehr. Auch dort gibt es haarsträumende Geschichten zu. Auch sollen hier Kräfte am Werk gewesen sein, die das Geheimnis des Dritten Reiches wahren wollen.